Ein modernes Kino in den eigenen vier Wänden, eine riesige Leinwand, gestochen scharfe Bilder und Ton aus zahlreichen Boxen. Was sich viele Cineasten wünschen, liefert ein Unternehmen aus Dorum und das sowohl bundesweit als auch im Ausland. Im Gewerbegebiet zwischen Erdbau und Grünabfall hat sich die Firma Heimkinobau angesiedelt. Geschäftsführer Holger Franz gibt uns einen Einblick in sein Büro, ins Lager und in das sogenannte Demokino. Also wir sind hier in Dorum seit sechs Monaten ansässig, sind aus dem anderen Ende von Deutschland hier hingezogen wegen der schönen Umgebung und bauen deutschlandweit Heimkinos. Das heißt, der Kunde hat einen leeren Raum und guckt gerne Filme und wir sind dann dafür da, vom leeren Raum bis zum fertigen Heimkino das Ganze zu planen, zu berechnen und hinterher auch handwerklich umzusetzen. Ursprünglich hat die Firma aus der Schwarzwaldregion herausgearbeitet. Warum also der Umzug in den hohen Norden? Also die Gründe dafür sind mannigfaltig, aber ich meine, man muss sich nur die Umgebung hier angucken, die Meeresnähe, diese gute Luft, dazu natürlich auch die netten Menschen, die hier wohnen. Das hat natürlich den Ausschlag gegeben, dass man sich hier sehr schnell wohlfühlt. Der Hauptgrund war aber ganz einfach, dass wir unabhängig, wo wir wohnen, sowieso deutschlandweit arbeiten und uns einfach vergrößern wollten. Und so im Schwarzwald, wo wir nichts gefunden haben, kein Grundstück, keine Halle, die wir kaufen konnten, deutschlandweit geguckt haben. Und das, was wir jetzt hier besitzen, ist uns dann ins Auge gefallen, hat uns so toll gefallen, wie gesagt, auch die Menschen- und die Meeresnähe, dass wir dann hier im Oktober hingezogen sind. Also man kann wirklich sagen, ich weiß, das glauben die Einwohner hier nicht unbedingt, mit denen man sich unterhält, aber das Leben hier ist schon wirklich entspannter und relaxter als in anderen Teilen Deutschlands. Die Preise für den Bau eines Heimkinos rangieren zwischen 25.000 und 40.000 Euro und das ohne die ganze Technik. Wenn es um Beamer und Co. geht, ist der Preis nach oben offen. Im Durchschnitt würden Kunden jedoch 50.000 bis 80.000 Euro für ein komplettes Heimkino mit allem Drum und Dran ausgeben. Doch der Bau von Heimkinos ist nicht das Einzige, was die Firma von Holger Franz im Angebot hat. Letztendlich hat der Kunde immer die Wahl, welchen Grad der Dienstleistung er bei uns haben möchte. Das Ganze fängt damit an, dass wir Räume nur berechnen. Das heißt, wir sagen dem Kunden genau, der sich selber ein Heimkino bauen möchte, wo müssen die Lautsprecher hin, wo müssen Absorber hin, wie ist der Klang, passt das mit der Leinwand. Wir beraten ihn also wirklich als Dienstleistung, dass das Kino hinterher technisch gesehen richtig gebaut wird, von ihm selber. Manchen Kunden reicht das aber nicht. Die brauchen dann noch eine handwerkliche Unterstützung und die können bei uns zusätzlich zu dieser planerischen Dienstleistung auch noch die Baupläne bekommen. Das heißt, sie erhalten einen 70 bis 80 Seiten starken Plan, ähnlich wie man das von einem schwedischen Möbelhersteller kennt, wo dann Balken für Balken eingezeichnet ist und man zu Hause sich sein Heimkino selber bauen kann. Und die dritte Alternative ist natürlich, dass wir das Kino dann auch tatsächlich handwerklich umsetzen. Dafür haben wir Mitarbeiter, die zwischen 10 und 15 Tagen dann bei dem Kunden vor Ort sind und vom leeren Raum bis zum schlüsselfertigen Kino alles erstellen und vor Ort bauen. Für das laufende und das kommende Jahr hat Holger Franz noch viele Pläne. Also das Wichtigste ist erstmal, das soll jetzt aber keine Werbung sein, dass wir tatsächlich noch ein oder zwei Mitarbeiter suchen. Also wer sich zu dem Thema Handwerk und auch Film damit begeistern kann und wer vielleicht Interesse hat, mit uns an meinen Kontakt zu treten, kann das gerne machen. Hier am Standort Dorum, aber auch deutschlandweit. Ansonsten hier wird gerade das Demokino gebaut. Das heißt, in unserer Halle wird ein entsprechender Vorführraum gebaut, wo man die Faszination Heimkino live erleben kann. Wir haben es ja gerade einmal kurz durchexerziert in der Baustelle und ich glaube, die Begeisterung war durchaus da. Das Ganze soll bis Anfang September spätestens fertig sein. Das Ganze wird dann natürlich auch mit einer Öffnung hier entsprechend bekannt gemacht und dann können Leute, die sich für das Thema Heimkino interessieren oder vielleicht sogar die Überlegung haben, so etwas zu Hause auch mal auszuprobieren, gerne mit uns einen Termin vereinbaren und sich das hier angucken. Für Holger Franz ist mit seiner Firma ein Traum in Erfüllung gegangen. Er hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und in normale Kinos geht er gar nicht mehr. Außer in Kinos der Superlative, wie das Traumpalast IMAX Kino im schwäbischen Leonberg mit der größten IMAX Leinwand der Welt. Also letztendlich gibt es die Leidenschaft schon ganz lange. Ich meine, wer in meinem Alter Anfang 50 in den 80ern groß geworden ist, kannte, dass die ersten Videotheken Videokassette zurückspulen, wenn nicht Strafe 50 Pfennig, dann die ganze Computergeschichte, dann Stereomusik, dann irgendwann kam Pay-TV, dass man zu Hause Fußball-Bundesliga gucken konnte. Das sind natürlich alles Schritte gewesen, die mich mein Leben lang begleitet haben. Das erste Heimkino habe ich im Jahr 2000 gebaut. Das war natürlich noch komplett rudimentär auf einer Raufasertapete, aber so ist das Ganze entstanden. Und irgendwann habe ich dann vor zehn, elf Jahren mir gedacht, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf mache und habe der IT-Branche, in der ich vorher ansässig war, den Rücken gekehrt und habe dann halt eine eigene Einzelfirma gegründet. Und aufgrund einer Kooperation mit Grobi TV, einem der größten Heimkinohändler in Deutschland, ist dann die Firma Heimkinobau GmbH gegründet worden, die es jetzt seit drei Jahren gibt und mit der wir deutschlandweit und im benachbarten Ausland Heimkinos bauen.